hallo ihr lieben ja wie ihr seht noch habt ihr ostern nicht ganz überstanden aber bald bald ist es geschafft mein hühnchen hat sein krampf verloren und heute möchte ich aber mit euch diese lustigen hühner machen und diese richtig cool darum habe ich gedacht die muss ich euch unbedingt noch zeigen die könnt ihr auf eure eierbecher setzen sonntag ostersonntag ostermontag der tisch ist schön gedeckt alle sitzen zusammen und dann bewachen diese hühner eure eierbecher und wie das geht zeige ich euch jetzt denn das geht wirklich rucki zucki ihr braucht ein stück design papier in der länge 12 x 8 cm ihr braucht einen rest rotes papier und eventuell ein rest oranges papier aber wir starten mit diesem papier und wir starten damit dass wir uns die unteren seiten einmal abrunden die oberen seiten die lassen wir so dann schaut das ganze so aus dann drehen wir uns das ganze um und wir brauchen ein lineal mensch 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 ich war schnuder immer mein linie so ich habe alles gefunden also linie auf wir suchen uns einmal die mitte und messen uns dann einmal von oben kurze seite moment muss man eben specken fünf zentimeter und auch hier fünf zentimeter und dann ziehen wir uns eine eine linie von da hier hoch und von da hier hoch und unter mensch so genau diese seite schneiden wir jetzt ab auf dieser suchen wir uns jetzt vier zentimeter und machen uns hier so ein dreieck das wird der schnabel von der unteren kante des schnabels machen wir uns eine markierung von 2,5 auf der seite und 2,5 auf der seite und von da aus zeichnen wir uns unseren flügel einfach so so das war es erst einmal dann nehmen wir uns ein skalpell eine schere oder wie auch immer und schneiden die linien auf den schnabel könnte auch eine kleine schere nehmen so dass wir das hier auf der seite so ein bisschen raus drucken drucken können dann nehmen wir uns einen orangen stift und malen einfach hier den schnabel dann nehmen wir uns einen schwarzen stift und setzen über den schnabel zwei augen so das war es auch schon jetzt geben wir hier auf diese seite kleber und versuchen einfach nicht den schnabel und die flügel mit einzuschmieren und dann drehen wir das so dass praktisch diese kante die wir gerade abgeschnitten haben auf dieser linie liegt so gucken dann noch mal rein drehen das dann hier könnte hier noch mal so von außen so ein bisschen drehen drehen und wir gucken dass wirklich diese kante mensch das ist das ist doch wieder mülvieh ne so dass diese kante hier auf der linie liegt oder so ziemlich auf der linie liegt so genau dann nehmen wir uns die flügel liegen die so ein bisschen nach außen damit ist unser hause für ihn schon schon fertig jetzt brauchen wir ein paar füße und die zeichne ich mir jetzt einfach so einmal auf da gibt es gar nicht viel dran zu beachten das hühnchen sollte 3 10 haben und ansonsten zack nehmen wir dann das hier wenn wir die füße ein bisschen gleichmäßig aufsehen zeichen uns das einmal ab zack und schneiden uns auch das aus so und dann fehlt uns noch und zwar fehlt uns einmal der kam da schneide ich mir einfach hier erstmal so ein rechteck raus das schräg ich mir dann so ein bisschen an so und dann schneide ich mir hier einfach ein paar zacken rein und fertig ist mein kamm und dann brauchen wir noch ein herz da zeichnen wir uns wirklich einfach so ein herz schneiden uns das aus und schrägen das einfach hier unten so ein bisschen ab knicken das einmal an der mitte und dann schieben wir das und dann machen wir hier so ein bisschen kleber nur dran so ich habe jetzt noch nicht gedacht dass meine von der anderen seite natürlich jetzt weiß ist dann muss ich gleich noch mal ein gegenstück schneiden und dann habe ich noch was vergessen was wir brauchen und zwar brauchen wir wir brauchen brett genau wir brauchen solche wie nennt man die denn also ich kenne die nur unter rats aber wie heißen die denn wirklich wie heißen die denn richtig wir haben ja auch einen deutschen namen naja egal auf jeden fall davon brauchen wir auch noch zwei stück ihr könnt natürlich die füße auch einfach ankleben aber mit den rats sieht das auch noch ein bisschen nett aus dann machen wir hier und hier einen kleinen schlitz und das ganze machen wir natürlich auch im hühnchen wir schlitzen einfach das hühnchen an das messe ich auch nicht aus das mache ich wirklich einfach so pi mal auge dann gehen wir mit dem so mit dem brett hier rein und einmal hier rein so und dann einfach von innen wie wir das ja so kennen aufbiegen und schon hat er nie unser hühnchen ein bein ist das nicht cool ich finde diese hühner so mega cool und ich kann mir vorstellen wenn die am oster frühstück beim oster frühstück beim oster frühstück auf unserem frühstückstisch sitzen werden die auf jeden fall gute laune verbreiten ach mensch entweder sind meine fingernägel zu lang oder die words zu klein ich würde sagen die bret sind zu klein logisch so hier rein aufbiegen kack kack ja also ich muss sagen ich finde sie richtig cool ich werde hier jetzt noch entweder das rot malen oder einfach ein gegenstück machen und rucki zucki habt ihr diese tollen hühner die dann eure ostereier bewachen ich finde die ich finde sie einfach mega ich hoffe dieses video hat euch genauso gut gefallen wie es mir gefallen hat damit verabschiede ich mich von euch ich wünsche euch noch eine wunderschöne zeit seid kreativ und ja bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.